Warum fährt ein Auto einfach so in den Main? Heute Morgen versuchen Beamte noch, den Fahrrad zu retten und springen ins Wasser. Doch der Mann stirbt später in einer Klinik. Unklar ist noch, ob noch jemand in dem Fahrzeug war. Mit einem Großaufgebot rücken die Einsatzkräfte am frühen Morgen an. Der Wagen ist komplett versunken und liegt auf dem Grund des Mains. Taucher müssen das tun, was zuvor zwei Polizisten nicht gelungen ist. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten sie versucht, den Fahrer aus dem Wagen zu retten. Sie sprangen in das eiskalte Wasser, schlugen eine Scheibe des sinkenden Autos ein und wollten den Mann aus dem Wageninneren herausziehen. Das ist ihnen aber aufgrund der Eiseskälte im Main und der Sogwirkung nicht gelungen. Es war aber recht schnell ein Feuerwehrtaucher, ein Rettungstaucher vor Ort, der diese Person bergen konnte. Anschließend wurde die Person reanimiert und ins Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte können den Mann nicht retten. Er stirbt kurze Zeit später. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch völlig unklar. An dieser Stelle ist das Mainufer für Pkw gesperrt. Dass der Wagen aus Versehen in den Fluss gefahren ist, hält die Polizei für unwahrscheinlich. Ausschließen können die Rettungskräfte bisher nicht, dass noch mindestens eine weitere Person im Fahrzeug saß. Wir werden diese Einsatzstelle noch weiter erstmal absuchen. Die Taucher sind momentan auch noch im Wasser, suchen den Nahbereich, wo der Pkw im Wasser lag. Falls wir da nichts finden können, wird diese Suche dann ergebnislos abgebrochen. Erst nach Stunden kann der Wagen geborgen werden. Die Polizei wird nun versuchen, das Leben des Toten zu durchleuchten, um Hinweise zu finden, ob es ein Unglück, ein Suizid oder gar ein Verbrechen war. Die genaue Todesursache soll eine Obduktion klären. 急otsches Malone Anstattung Vielen Dank.